In Hollywood stehen Skandale eigentlich an der Tagesordnung. Manche sind morgen wieder vergessen und manche wird man nie wieder los. Wir zeigen euch in diesem Video die 7 krassesten Skandale der Hollywoodstars. Bevor Robert Downey Jr. zu Iron Man wurde, schrieb er ein düsteres Kapitel in seiner Hollywood-Karriere. Nach seinen ersten Schauspielerfolgen rutschte er in den 90ern im Drogensumpf ab und bekam immer wieder Probleme mit dem Gesetz. Unter anderem wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, landete mehrmals in einer Entzugsklinik und verlor dadurch unter anderem seine Rolle in der Hitserie Ally McBeal. Nachdem er endgültig clean wurde, kam seine Karriere Anfang der 2000er wieder langsam in die Gänge. Mit Iron Man wurde er 2008 dann zum Weltstar und später sogar zum bestbezahlten Schauspieler der Welt. Die Hollywood-Schönheit Winona Ryder wurde in einer Boutique in Beverly Hills beim Diebstahl von Waren im Wert von 5.560 US-Dollar erwischt. Ryder wurde daraufhin zu einer Geldstrafe um Sozialstunden verurteilt. Ihre Karriere war nach dem Vorfall zwar erst einmal am Boden, konnte aber dank der Netflix-Serie Stranger Things inzwischen wieder Fahrt aufnehmen. Mad Max wird zu Mad Mel. 2006 wurde der Hollywood-Star wegen Trunkenheit am Steuerfest genommen. Er verschlimmerte die Situation nur noch, nachdem er die Polizeibeamten auf rassistische und sexistische Weise beschimpfte. Für die Aktion bekam er drei Jahre auf Bewährung aufgeprummt und musste ein Jahr die Treffen der anonymen Alkoholiker besuchen. Seine antisemitischen Hass-Terraden machten ihn in Hollywood für eine lange Zeit zur Persona non grata. Später wurde er aber komischerweise wieder mit offenen Armen empfangen und sogar für den Oscar nominiert. Hugh Grant war in den 90ern das Aushängeschild für romantische Komödien. Er machte 1995 negative Schlagzeilen, als er zusammen mit einer Prostituierten in seinem Auto am Sunset Strip in L.A. festgenommen wurde. Seine damalige Freundin Liz Hurley versuchte dem Star zwar beizustehen, verließ ihn fünf Jahre später aber trotzdem. Mit der Bill Cosby Show wurde der gleichnamige Entertainer so etwas wie America's Dad. Anfang der 2000er wurden jedoch erstmals Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen ihn angezeigt. Erst 2017, nachdem sich bis zu 57 Frauen mit ähnlichen Fällen meldeten, wurde Cosby vor Gericht gestellt. 2018 wurde er für seine Taten zu einer Gefängnisstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt. Roseanne wurde in den 80ern und 90ern durch ihre gleichnamige Sitcom bekannt, die 2018 nach 21 Jahren nochmal neu aufgelegt wurde. Nach einem rassistischen Tweet gegen die Politikerin Valerie Jarrett cancelte der Sender ABC die Show allerdings direkt wieder und beendete seine Zusammenarbeit mit der Schauspielerin. Nachdem auch ihre Co-Stars sich öffentlich von ihren Aussagen distanzierten, versuchte sich Roseanne über Twitter zu entschuldigen. Das alles half jedoch nichts. Das Roseanne-Revival wurde durch das Spin-off Die Conners ersetzt. Die Sitcom ging zwar weiter, allerdings ohne seine Hauptdarstellerin. Im Zuge der MeToo-Bewegung, die durch den Harvey Weinstein-Skandal ausgelöst wurde, erzählte der Schauspieler Anthony Rapp, dass er als 14-Jähriger von Kevin Spacey sexuell belästigt wurde. Im Anschluss gingen acht weitere Männer mit ähnlichen Vorwürfen gegen den Oscar-Preisträger an die Öffentlichkeit. Netflix beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm an der erfolgreichen Serie House of Cards und drehte die letzte Staffel ohne ihn. Regisseur Ridley Scott schnitt Spacey zudem aus dem bereits abgedrehten Film Alles Geld der Welt wieder raus und drehte seine Szenen mit Christopher Plummer neu. Kevin Spacey bestreitet die Vorwürfe bis heute. Seine Karriere liegt seitdem trotzdem auf Eis, da in Hollywood niemand mehr was mit ihm zu tun haben will.